... nuklearen Abschreckung im Zeichen des Kalten Krieges. Und jetzt kommt er auf einem Überstellungsflug hier herein. Und meine Damen und Herren, wenn wir diesen Überflug hier haben, einen historischen Überflug, dann geben wir die Arme nach oben, damit uns hier die Besatzungscrew sehen kann. Die B-52 das erste Mal in einem Überflug hier in Zeltwick in Österreich. Wir grüßen hinaus und Zeltwick grüßt die B-52.